In diesem Video möchte ich Ihnen die Einrichtung der Fritzbox 7490 am Telekom IP-Anschluss mit DSL oder VDSL zeigen. Ich habe jetzt hier meine AFA im Fritzbox 7490 bekommen, um sie am Telekom IP-Anschluss mit Entertank in Betrieb zu nehmen. Ich habe hier die notwendigen Kabel bereit liegen und die Anleitung liegt ebenfalls dabei, wo das auch Schritt für Schritt nochmal erklärt wird, welches Kabel Sie wie verwenden. In dem Fall handelt es sich um einen Telekom IP-Anschluss. Das heißt, ich habe hier einmal dieses Multikabel von HVM. Das steht einmal ja ISDN-Analog und einmal DSL-Splitter. Beim IP-Anschluss brauchen Sie aber gar keinen Splitter mehr bzw. müssen diesen sogar weglassen. Das heißt, ich brauche nur dieses Kabel, wo Splitter dran steht, mit diesem Telefonadapter zu verbinden und stecke das dann direkt in meine vorhandene TAE-Dose, also Telefondose ein, ohne dass da ein Splitter oder irgendwas zwischenkommt. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es hier dieses zweite graue Kabel, das dann hinten an die Fritzbox angesteckt wird. In dem Fall hier. Das schwarze Kabel für den herkömmlichen Tieren-Anschluss ignorieren Sie einfach, das bleibt einfach leer hängen. Nur diese beiden grauen Stecker werden verwendet für die Inbetriebnahme am IP-Anschluss. Aufgrund meiner Rausverkabelung, die ich hier habe, die brauchte ich ein etwas längeres Kabel. Deswegen habe ich hier das vorhandene AVM-Kabel durch ein längeres Netzwerkkabel ersetzt, was auch funktioniert. Deswegen ist das hier eine andere Farbe. Jetzt stecke ich noch meine weiteren Komponenten in die Netzwerkports ein. Das ist hier zum einen mein Entertime TV-Media-Receiver, um IPTV über die Fritzbox zu machen. Und zum anderen habe ich hier noch drüben meine Smart Homebox der Telekom stehen, um meine Haustechnik zu steuern. Auch das habe ich hier schon mal angeschlossen. Und jetzt verbinde ich die Fritzbox mit dem Netzteil, damit sie Strom bekommt. Und hier direkt am Anfang bootet sie direkt. Und jetzt fängt die Box an, sich zu synken mit der DSF-Vermittlungsstelle. Und im nächsten Schritt werde ich dann gleich in das Menü der Box reingehen, um die einzelnen Einrichtungsschritte, die Zugangsdaten und IP-Anschlussrufnummern einzuflegen. So, ich habe die Fritzbox jetzt mit einem Netzwerkkabel mit meinem Laptop verbunden. Drittisch könnte ich mich aber auch in das eingeschaltete WLAN der Fritzbox einbuchen. Die Daten stehen unten auf der Rückseite der Fritzbox. Und habe im Browser jetzt einfach fritz.box eingegeben und sollte dann normalerweise auch direkt auf das Konfigurationsmenü kommen. Hier könnte ich jetzt ein Fritzbox-Scanboard festlegen, das überspringe ich jetzt einmal. Deswegen nehme ich diesen Haken hier raus. Jetzt kommt der Einrichtungsassistenz. Ich kann jetzt hier meinen Internetanbieter auswählen, in dem Fall Telekom. Und muss jetzt hier meine Zugangsdaten eingeben. Diese erhalten Sie von der Telekom beim Neuvertrag zugeschickt. Wenn Sie bereits Kunde sind, dann nehmen Sie halt die Zugangsdaten, die Sie damals bekommen haben. Das mache ich jetzt einmal. So, ich habe meine Zugangsdaten jetzt hier angegeben. Ich gehe jetzt einmal auf Weiter. Hier kommt dann nochmal die Abfrage, ob ich die Verbindung speichern möchte. Ich sage jetzt einmal Weiter. Und dann dauert es einen kleinen Augenblick, bis die Verbindung zum Telekom DSL-Server hergestellt wird. Und ich das Internet dann auch hier zu Hause nutzen kann. So, Verbindung war erfolgreich. Das heißt, ich bin jetzt mit dem Internet verbunden und kann den nächsten Schritt der Einrichtung weitermachen. So, im nächsten Schritt kann ich jetzt die Telefonie einrichten. Ich gehe jetzt hier einmal auf Neue Rufnummer einrichten. Muss hier dann bestätigen, dass es sich um einen IP-basierten Anschluss handelt. Gehe wieder einen Schritt weiter. Würde dann hier oben bei Anbieter auswählen. Es handelt sich um einen Telekom-Anschluss. Muss dann hier die Vorwahl eingeben. Gebe dann hier meine Rufnummer ein. Und gehe dann wieder auf Weiter. Das sage ich dann im nächsten Schritt. So, ich habe jetzt hier meine Rufnummer eingetragen. Gehe jetzt hier einmal auf Weiter. Da kommt dann nochmal die Bestätigung. Das trage ich jetzt hier so ein. Und das Ganze hätte ich natürlich auch mit mehreren Rufnummern machen können. Jetzt werden die Anmeldedaten meiner Rufnummer gespeichert und die Verbindung wird geprüft. Und die Internet-Telefonie wird jetzt einmal final eingerichtet. Das dauert einen kleinen Moment. Und hier sagt er jetzt unten, dass das Einrichten erfolgreich war. Und ich kann jetzt hier einmal wieder weitergehen. Und dann ist die Telekom-Telefonie fertig eingerichtet. So, wenn ich noch weitergehe, komme ich im nächsten Schritt auf die WLAN-Einstellungen. Hier kann ich dem WLAN zum einen einen eigenen Namen geben. Oder ich kann hier auch den WLAN-Schlüssel ändern, um einfach mehr Sicherheit zu haben und auch mir ein merkbares Kennwort einzutragen. Kann ich das hier an der Stelle machen. Ich lasse es auf der Startort einstellen, geht es in dem Fall. Und gehe jetzt hier einmal auf Fertigstellen. Und komme dann hier nochmal in diese Assistenzenübersicht. Und gehe jetzt hier einmal die Punkte durch, um mir das anzuschauen, was ich alles noch einstellen kann. So, ich bin jetzt hier im Übersichtsmenü der FRITZ!Box. Und hier sehe ich erstmal die aktuellen Daten. Zum Beispiel, dass die E-Box momentan bei nur 30% Energieverbrauch ist, weil da kaum Geräte verbunden sind. Dass das Internet verbunden ist mit der Telekom. Dass die Telefonie mit einer Rufnummer aktiv ist. DSL, LAN, WLAN, alles auf grün. DECT habe ich nicht aktiviert. USB ist ebenfalls nicht eingesteckt. Ich würde hier sehen, welche Rechner oder Geräte gerade verbunden sind. In dem Fall hier mein Laptop per Netzwerkschnittstelle. Und die KiwiCon Smart Homebox ist verbunden. Hier wäre noch das Thema Anruf und Anrufbeantworter. Und dann gibt es hier noch diverse andere Menüpunkte. Wichtig, wenn Sie alle Funktionen der FRITZ!Box nutzen wollen, gibt es hier unten noch diesen Punkt Ansicht Standard. Wenn Sie dort einmal draufklicken, wechselt die Ansicht auf erweitert. Und dann haben Sie in den verschiedenen Menüpunkten noch mehr Möglichkeiten, die FRITZ!Box zu nutzen. Und da gehen wir jetzt dann durch die Punkte. So, hier im Punkt Internet verstecken sich alle Funktionen, die das Internet betreffen. Ich sehe hier zum Beispiel, dass das DSL verbunden ist mit einer Datenrate von 15 Mbit pro Sekunde und 2,6 Mbit upstream. Ich habe hier unten dann noch einen Online-Monitor, wo ich sehe, was gerade für Daten über mein Netz übertragen werden. Ich habe im Hintergrund gerade einen Speedtest laufen, deswegen ist hier der Download gerade hochgegangen. Jetzt geht gleich der Upload nach oben. Also man sieht hier gerade, was im Netz so passiert, wenn Sie Video Streaming oder sowas machen. Thema Zugangsdaten, da sind halt Ihre Daten hinterlegt, da müssen Sie eigentlich aber nichts mehr ändern. Dann verschiedene Freigaben und MyFritz-Funktionen und hier zum Beispiel noch die DSL-Informationen. Hier sehe ich auch nochmal, wie ich mit der Vermittlungszentrale verbunden bin, was dort für eine Technik steht und was für Protodatenraten möglich sind. Netto ist ja dann immer ein bisschen weniger. Also in dem Fall hier ja ein DSL 16.000-Anschluss, der aber nicht die volle Leistung bringt, weil es einfach von den technischen Gegebenheiten hier nicht anders funktioniert. Hier im Bereich Telefonie kann ich alles einrichten, was sich mit diesem Thema beschäftigt. Hier zum Beispiel eine eigene Rufnummer, ist meine IP-Rufnummer der Telekom hinterlegt. Da können natürlich auch mehr Rufnummern hinterlegt sein. Da kann ich noch Anschlusseinstellungen und so weiter vornehmen. Hier unter Telefoniegeräte würde ich alles sehen, was verbunden ist. Ich habe einmal zum Beispiel die beiden analogen Ports, die jetzt hier schon aktiviert sind. Ein Anrufbeantworter, der integriert ist, der aber deaktiviert ist. Ich würde hier auch Deck-Telefone sehen, wenn ich die verbunden hätte oder auch ISDN-Geräte. Ich könnte denen dann auch zuweisen, welche Rufnummern die abgehend verwenden, welche sie ankommend verwenden. Das alles ist in diesem Punkt behandelt. Bei Rufbehandlung kann ich das ganze Thema Rufsperren, Rufumleitung, Call-Through, Wahlregeln und Anbietervorwahlen scheuern. Am Telekom-Anschluss ist ja auch der Risch-Probe-Call möglich. Dann haben wir hier die Fax-Funktion, die ich hier einrichten kann, um die Fritzbox auch zum Faxen zu nutzen. Ich habe hier eine Weckruffunktion, zum Beispiel, dass ich täglich um sechs angerufen werde als Wecker, wenn ich gerade mein Handy nicht da zur Hand habe. Ich habe hier eine Telefonbuch-Funktion, das heißt, die Deck-Telefone zum Beispiel können dann auf dieses zentrale Telefonbuch zugreifen. Dann das Thema Anrufbeantworter. Bis zu fünf Anrufbeantworter sind in dieser Fritzbox einrichtbar. Und dann habe ich hier noch Anruflisten, alle Anrufe, ausgehende, ankommende und Anrufe in Abwesenheit. Wenn ich aber mal schauen will, wer hat mich angerufen, als ich nicht zu Hause war, kann ich das hier in dem Punkt nachschauen. Hier im Punkt Heimnetzwerk kann ich meine sonstigen Einstellungen einsehen, zum Beispiel hier, welche Geräte gerade verbunden sind. Ich würde hier sehen, ob USB-Geräte verbunden sind und könnte die dann auch einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen USB-Speicherstick eingesteckt hätte, könnte ich den hier auch freigeben im Netzwerk, um dann gemeinsam darauf zuzugreifen. Es gibt hier den Mediaserver, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Speichermedium angeschlossen hätte mit Musik drauf, könnte ich die Sachen dann im Netzwerk streamen. Internetradio und andere Funktionen. Ich kann auch das Telekom-Mediencenter zum Beispiel auswählen für den Mediaserver. Ich könnte der Fritzbox hier noch einen eigenen Namen geben, wenn ich möchte, dass die anders heißt. Und dann gibt es hier noch den Punkt Smart Home. Das ist nicht zu verwechseln mit Telekom-Smart Home, sondern hier geht es um den Fritzbox oder AFA im eigenen Smart Home-Dienst. Da gibt es verschiedene Einzelkomponenten wie Schaltsteckdosen und so weiter, die Sie dann mit Ihrer Fritzbox steuern können. Bei der Telekom selbst gibt es ja noch Telekoms Magenta-Smart Home. Dort sind natürlich viel mehr Hersteller integriert wie Philips, Ostram, Miele und weitere, die Sie dann zentral über diese Kiwi-Con-Box steuern können und das sogar auch von unterwegs. Also wenn Sie dafür Interesse haben, auch da finden Sie auf unserer Webseite mehr Informationen zu Telekom-Smart Home. Hier im Punkt WLAN kann ich alle Einstellungen machen, die sich um das Thema kabelloses Internet beziehen. Ich habe hier verschiedene Frequenzbänder der Fritzbox, kann da Einstellungen vornehmen. Ich kann hier den Funkkanal einstellen. Er macht auch automatisch eine Kanalauswahl, wenn ich das möchte oder ich sage manuell ein Versendekanal. Hier im Thema Sicherheit kann ich meinen WLAN-Key zum Beispiel ändern, wenn ich den, ändere ich die Verschlüsselung ändern. In jedem Fall sollten Sie eine hohe Verschlüsselung auswählen, die jetzt auch voreingestellt ist. Dann habe ich hier eine Zeitschaltung, ich kann also das WLAN zeitgesteuert ein- und ausschalten. Wenn ich möchte, dass zum Beispiel nachts das WLAN inaktiv ist, dass meine Kinder nicht im Internet surfen, kann ich das hier aktivieren. Dann gibt es hier den WLAN-Gastzugang, mit dem Ihre Besucher dann auch das Internet nutzen können, ohne zum Beispiel auf ihre persönlichen Einstellungen oder Netzwerklaufwerke zu kommen. Und hier die Repeater-Funktion, die auch hier aktiviert werden kann. Hier im Menüpunkt DECT kann ich alles einstellen, was sich mit dem Punkt Schnurrlose Telefone befasst. Ich kann DECT aktivieren, kann hier eine PIN für das Verbinden festlegen. Ich kann hier die DECT-Funkleistung verringern, wenn ich das möchte. Ich kann einen DECT-Eco-Modus einschalten, auch zeitgesteuert, wenn ich zum Beispiel sage, nachts soll weniger Funkleistung eingestellt sein. Sichere DECT-Verbindung, das alles hier in diesem Menüpunkt. Im Menüpunkt Diagnose kann ich einen Schnelltest starten, wo einfach die FRITZ!Box alle Sachen geprüft werden, ob die Anschlüsse genutzt werden, ob sie aktiv sind, ob das WLAN aktiv ist. Hier in dem Fall DECT zum Beispiel ausgeschaltet, ob die Ports aktiv sind, ob WLAN aktiv. Das alles hier kann ich mit einer schnellen Diagnose prüfen und beim Thema Sicherheit auch noch ein paar Einstellungen vornehmen. So, hier der letzte Punkt System. Zum einen sehe ich hier Ereignisse, was bei der FRITZ!Box alles so passiert ist. Zum Beispiel, dass der Stromverbrauch reduziert wurde, weil momentan kein WLAN-Gerät verbunden ist und alle anderen Ereignisse. Dann habe ich hier einen Energiemonitor, wo ich auch nochmal sehe, wie viel Strom ich gerade verbrauche und welche Funktionen gerade aktiv sind. Dann gibt es hier einen Push-Service, um mich über verschiedene Dinge informieren zu lassen. Bei Tasten und LEDs kann ich die Info-LED, die vorne an der FRITZ!Box dran ist, programmieren, wann die leuchten soll. Zum Beispiel, wenn Anrufbeantworter-Nachrichten da sind oder andere Einstellungen, zum Beispiel, dass wenn das Gäste-WLAN aktiv ist. Hier kann ich FRITZ!Box Benutzer einrichten, die also die FRITZ!Box verwalten können. Bei Sicherungen auch ganz interessant, wenn ich mir einmal alles eingerichtet habe, kann ich diese Daten mir sichern. Und wenn die FRITZ!Box mal einen Defekt haben sollte, ich die im Rahmen der Garantie austausche, dann kann ich hier in der neuen Box einfach die Einstellung wiederherstellen und wieder loslegen. Und hier bei Update könnte ich dann auch Firmware-Updates draufspielen oder ein automatisches Update aktivieren. Das alles hier im Menü der FRITZ!Box 7490. Hier im Punkt My FRITZ!Box, den ich hier oben im Menü auswählen kann, habe ich nochmal so eine schöne Übersichtsseite. Die vergangenen Anrufe, alles was mit dem Anrufbeantworter zusammenhängt. FRITZ!NAS ist dann diese Funktion gemeinsamer Speicher im Netzwerk, da ich da auf die Sachen zugreifen kann. Und Smart Home wäre diese FRITZ! eigene Geschichte mit zum Beispiel einer Schaltsteckdose. So, ich habe jetzt hier meinen Entertain-TV Media Receiver 400 in Betrieb genommen. An der FRITZ!Box, auch das ist natürlich möglich. Die FRITZ!Box 7490 unterstützt auch IPTV, hat auch entsprechendes Routing drin, dass Fernsehen und Telefonie priorisiert behandelt werden. Beim erstmaligen Starten dauert es einen kleinen Moment, bis sich das TV dann einrichtet. Und bei den künftigen Starten geht das natürlich deutlich schneller. Hier sehen wir jetzt einmal die Einrichtung vom Media Receiver. So, der Media Receiver ist jetzt fertig eingerichtet, bin jetzt hier direkt ins Live-TV gewechselt. Über die FRITZ!Box, wie gesagt, kann jetzt hier ins Entertain-Menü gehen, kann Fernsehsender schalten, kann Video on Demand machen. Ganz normal, wie auch mit dem Speedport-Router funktioniert das. Das neue Entertain-TV ist die neue TV-Plattform der Telekom. Und wenn Sie sich für dieses Produkt entscheiden, verhalten Sie die FRITZ!Box 7490 bei uns mit Vertragsabschluss besonders günstig. Generell, schauen Sie einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Wir informieren Sie gern zu Tarifen, zur Verfügbarkeit und welche Angebote wir für Neukunden haben mit dieser FRITZ!Box 7490 zum günstigen Preis. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!